Freunde, guckt euch mal, was wir hier haben! Wähle nicht die falsche Killer-Röhre! Oh mein... Warte mal, wo ist denn Buffalo? Buffalo? Hallo? Oh, Juni! Hast du vieles Gesicht? Du hast nicht getraut, da reinzugehen, Alter. Oha! Aber Leute, checkt mal ab, was wir hier haben. Wir haben einmal eine rote Röhre, und zwar mit... Tadeos Tentakel-Echse. Wow! Okay, nicht schlecht. Dann haben wir hier Spongebob-Echse. Okay, das sieht krass aus, Buffalo. Ja, das sieht ziemlich krass aus. Da möchte ich nicht reingehen. Ja, das sieht sehr gruselig aus. Dann haben wir hier Sonic-Echse. Okay, das sieht auch krass aus. Oha, dann haben wir hier Garden of Banban. Okay. Ich hab nicht geguckt, was da drin ist. Ich hab Angst. Oh ja, krass, Alter. Dann haben wir hier Patrick-Star-Echse. Okay, das ist heute der Star des Videos. Versteht ihr, Star? Und, oha, Ladybug. Der war nicht gut, Andy. Der war mega gut. Nein, der war nicht gut. Der Witz war spitze. So, jetzt ruhe ich jetzt. Guck mal. Und Ladybug-Echse, guck mal, wie wir sehen können. Die wurde in Minecraft gefunden, weil es ist ein Minecraft-Bild, Leute. Und Patrick wurde auch in Minecraft gefunden. Deswegen wird das jetzt richtig krass. Lasst ein Like da, ey. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke und schaut das Video bis zum Schluss auf keinen Fall abschalten, Leute. Denn dann gehört ihr zu Team Dandy. Und ich würde sagen, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, Leute, wir fangen an mit Spongebob. Wollen wir mit Spongebob anfangen? Mit dem... Weißt du, wie gruselig der ist? Ja, aber wir können doch theoretisch mit Spongebob anfangen. Ach man, dann musst du aber vorgehen. Ich trau mich nicht. Okay, Leute, dann gehen wir mal bei Spongebob rein und... Oh, es ist schon ein bisschen dunkel, Leute. Komm rein. Haben wir hier in der Kiste? Gar nichts. Boah, Leute. Da ist nichts. Da würde ich sagen, klettert einfach mal hier hoch. Pufflo, pass auf, es ist sehr dunkel. Oh, Pledermäuse geht weg. Oh, ich sehe da jemanden. Ich sehe, glaube ich, das Spongebob, Leute. Oh Gott. Okay. Pass auf. Ja, ja, pass auf. Und... Ah! Oh, es tut mir leid. Oh nein, Pufflo. Oh Gott, ich habe Angst. Okay, Leute, wir probieren es nochmal. Und zack. Okay, Pufflo. Keine Fehler jetzt machen. Ich mache keine Fehler. Und... Nein, ich bin gefasst. Du hängst und dann spinn wir ihn fest. Nein. Okay. Oh, das ist Spongebob. Ey, schafft ihr es, zu mir durchzukommen? Dann kriegt ihr eine Belohnung. Der sieht nett aus, Leute. Er sagt, er gibt uns eine Belohnung. Okay. Äh, hier ist Ausrüstung. Warum ist hier Ausrüstung? Äh. Sicher, Spongebob, dass du uns eine Belohnung geben willst? Ja, ja, ja. Kommt einfach näher. Okay. Hallo, was geht? Okay. Ich werde euch erledigen. Okay, let's go, Leute. Wir müssen gegen Spongebob kämpfen. Er wurde zur Echse. Er ist doch nicht so nett, Leute. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Äh. Ja, da. Da ist er. Okay, let's go, Leute. Er ist so gruselig. Oha, Alter. Spongebob-Echse. Okay, okay. Wir haben ihn in der Doppelkombo. Komm schon. So, ich schaff ihn zu dir. Okay, okay, okay. Oh nein. Komm, ich helfe mir, Spongebob. Ich möchte auf Spongebob-Seite sein. Buffalo? Was? Du Verräter? Hau ihn. Oh, nicht mich. Hau ihn. Doch, ich bin jetzt auf Spongebob-Seite. Der sieht cooler. Na, hör auf. Der sieht aus wie in der Sendung. Hau ihn drauf. Der ist voll stark. Oha. Okay, es tut mir leid. Uh. Leute, Leute, Leute. Okay, wir haben Spongebob überlebt. Aber wir haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf Röhren. Ähm. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes in die Sonic-Exel-Röhre. Bist du bereit? Ähm. Eigentlich bin ich nicht bereit für Sonic-Exel. Okay, Leute. Wir gehen jetzt rein zu Sonic-Exel. Oh. Oh. Da ist er ja. Sonic-Exel. Ah. Könnt ihr mein Rätsel lösen? Dann lasse ich euch am Leben. Ähm. Ähm. Welches Rätsel? Seht ihr diese Wollwand? Ihr müsst sie nachbauen. Ihr habt nur ein paar Sekunden Zeit. Okay, okay, okay. Ähm. Nehme ich mal die Hälfte. Dann gehst du die Hälfte raus, so. Warte. Oh, okay, so. Äh. Sonic. Äh. Wir machen das jetzt. Okay, Pufflo. Let's go. Lass uns nachbauen. Schnell bevor er uns erledigt. Ah. So. Okay, ich mache hier das. Ja, es ist so dunkel. Ich sehe so wenig. Äh. 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 Zack. Ich habe mich verbaut. Let's go, Leute. Jetzt wird's. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Und das letzte. Was ist der letzte Block? Und mach das letzte schnell. Das hier? Ja, genau. Okay. Okay. Alter, habt ihr es nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft. Ich muss euch erledigen. Was? Wir waren extrem schnell. Ah. Er kommt. Pufflo. Ach, du hast ihn erledigt. Oha. Bist du stark, Alter. Was war das denn? Du hast einfach Sonic X erledigt. Oha. Hat er irgendwas... Er hat was reinlassen. Was denn? Oha. Einen Lamborghini. Aventador. Oha. Huracan. Das ist ein Huracan. Das ist ein Huracan. Alter, Leute. Let's go. Wir haben jetzt die gelbe Röhre geschafft. Mit Spongebob. Wir haben die blaue Röhre geschafft mit Sonic. Jetzt würde ich sagen, gehen wir, bevor wir in die Patrick-Star-Röhre reingehen, Leute, wenn ihr das nicht mehr fassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Auf keinen Fall wegschalten. Wir gehen jetzt in die Miraculous-Ladybug-Röhre. Echse. Okay, dann waren wir... Sieht echt gruselig aus. Ja, komm rein. Aber da habe ich weniger Angst. Wow. Steht ja hier direkt. Könnt ihr mein Rätsel lösen? Dann lasse ich euch am Leben. Ähm, was ist denn dein Rätsel? Ja, was ist denn dein Rätsel? Wer es schafft, am meisten Blumen zu sammeln, gewinnt. Oh, Bufflo, du Frühstarter, du Schubler. Nein, ich schummel nicht. Oh Mann, Leute. Ich schummel niemals. Ich schummel niemals. Ich schummel niemals. Nein, niemals. Oh. Ich sehe noch nicht so viel. Oh Mann. Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Leute, schreibt alle in die Kommentare. Hashtag Bufflo schummelt. Oha. Nein, ich schummel nicht. Okay. Okay, okay, okay. Wir machen es jetzt spannend. Und zwar werfen wir erstmal Brotelumen raus. Okay. Dann würde ich sagen, eins. Wollen wir nicht lieber erst mit den anderen anfangen? Okay, dann fangen wir mit dem weißen an. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Mal sehen, wie viele du hast. Oh Gott. Drei. Drei. Und das ist meine letzte. Sag mir nicht, du hast... Ich hatte nur drei. Drei weiße. Okay, ich habe vier weiße. Okay, jetzt die roten. Eins. Okay. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Okay, das war mein letzte. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf. Okay, du hast gewonnen, weil du auf früh gestartet bist. Okay, Ladybug. Und ich habe auch noch von denen hier drei Stück. Ah, du hast... Okay. Okay. Äh, Bufflo hat gewonnen. Er kann sich die Belohnung aus der Kiste holen. Oha, Dandy. Guck mal, was du bekommen hättest. Woah, zeig mal her. Äh, was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Äh. Ah. Okay. Okay, ich kann dich... Oh, ich kann dich anvisieren, dass die Rakete nur... Warte, ich mach auf die Kuh da hinten. Kann die... Verfolgt die dann die... Wow. Alter. Was war das? Gib mal her, gib mal her. Ich will auch, ich will auch. Ich will auch. Wie hast du das gemacht mit dem Anvisieren? Rechtsklick. Okay, Leute. Oha, man kann einfach gegner anvisieren und... Bäm. Ah, wie cool. Was war das denn? Locker und Bufflo. Boah, krass, die verfolgt. Guck mal, guck mal. Wenn ich dich locke, dann kann ich da schießen. Darf ich mal Game Mode 1? Und jetzt? Ich will mal Game Mode 1. Verfolgt die dich einfach. Ja, die verfolgt mich. Oha. Krass, Leute. Ey. Ey, warte mal. Ey, hör auf. Hör auf. Äh, du bist im Game Mode 1, das geht nicht. Du musst mal Game Mode 0 gehen. Jetzt geht's. Nein, nein. Verfolgt ihn. Haha. Ey, das macht ja richtig Spaß. Und jetzt da? Hör auf, auf. Nee, das schafft. Okay, Leute. Ich würde sagen, krass. Das war die krasseste Belohnung bis jetzt. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes. Ähm. Bevor wir zu... Oh, ich sehe schon bei Patrick Star, da geht es richtig ab. Gehen wir noch schnell hier in die Tadeus-Röhre. Let's go. Okay. Was geht hier ab? Finde die geheime Kiste. Äh, wahrscheinlich... Aber hier ist nur Lava. Ah, ouch. Vielleicht ist dem Lava eine geheime Kiste oder so. Wir können aber eigentlich... Ich weiß ja nicht. Wir können aber die ganze Zeit einfach hier so Rechtsklick machen. So. Ah. Vielleicht finden wir was. Was ist? Warum behältst du meinen Preis? Ich gebe dir den gleich, okay? Okay, dann kriege ich den gleich wieder. Äh. Ist hier überhaupt eine Kiste? Ah. Hier ist eine Kiste, doch. Nein, hier ist nichts. Guck. Hier ist ein... Spider-Man? Hä? Wo ist denn Tadeus? Hm. Tadeus habe ich erledigt. Aber danke, dass ihr mich befreit habt. Als Belohnung kriegt ihr Geld und Diamanten. Geld und Diamanten? Na dann her damit. Oha. Spider-Man. Vielen Dank, Bro, fürs... Ah. Ey, Buffalo, da reif mich an. Ach, Dandy. Okay. Dann werde ich jetzt deinen Raketenwerfer nutzen. Nein, nein, nein. Pass auf, ich bin hier. Ah, ich habe die Röhren kaputt gemacht. Oh. Oh, er brennt, er brennt. Und. BÄÄM. Gar kein Problem. Hat der was fallen lassen? Auch wenn, es ist in die Lava gefallen, Buffalo. Das war's. Eieiei, okay. Nimm mal hier die Raketen. Okay, dankeschön. So, Leute. Spider-Man war nicht so nett. Und der hat einfach Tadeus Exe erledigt. Na ja. Eieiei. Jetzt habe ich den wieder. Nein. Oha, das war voll viel Schaden. Chill, chill. Ich weiß. Okay, Leute. Ihr habt alle drauf gewartet. Alle, die es bis jetzt geschaut haben, werden jetzt belohnt, Leute. Deswegen immer die Videos bis zum Schluss schauen. Ah. Ich habe die Kledermäus nur getroffen. Das ist so cool damit. Wir gehen jetzt in Patrick Star rein. Okay, let's go. Wow, ist das hier dunkel. Guck mal, Leute. Hier sind ganz viele Patrick Stars. Okay, willst du die angreifen mit deinem Raketen? Warte, warte, warte. Chill, chill. Hier ist was in der Kiste vielleicht. Ja. Ja, stimmt. Lasergun. Perfekt. Okay, jetzt werden wir stark. Aber soll ich das wirklich machen? Ja. Dann ist die Röhre aber kaputt. Äh, egal. Komm, einmal. Okay. Und? Wow. Oh, die Röhre hat überlebt. Let's go. Die hat echt überlebt. Let's go, Leute. Patrick. Warte, da ist meine Laser. Die kommen ja gar nicht ran, weil die vier... Guck mal, die... Ja, wir sind viel zu stark, Leute. Wir sind viel zu langsam. Die erste Schicht der Patrick Stars wurde erledigt. Und jetzt kommen wir zur zweiten Schicht. So. Oh, ist das dunkel, Alter. Ich sehe gerade gar nichts. Aua. Aua. Warte, komm. Okay, let's go. Jetzt geht es aber richtig ab, Leute. Aua, aua. Oh, ich wollte nicht... Oh nein, ich habe fast gar kein Leben mehr. Pass auf, pass auf. Pass auf. Ich hole die letzten noch. Oh, das sind ja noch ein paar. Zwei Stück. Okay, die machen wir draußen. Okay, die machen wir draußen. Kommt raus, ihr Patrick. Und? Und, du hast es geschafft. Waren das alle, Leute? Ich habe keine Ahnung, aber... Gibt es hier eine Belohnung oder so? Ja. Warte. Nein, ich hink fest. Ich wollte die Belohnung holen. Oh, oha. Ein Stack Diamanten und ein Stack Emeralds. Oha. Ah, das sind ja richtig viele. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben fast alles fertig. Außer die grüne Röhre. Garten auf Banban. Okay, Buffalo. Hast du das schon mal gespielt? Nee, weil es sieht sehr gruselig aus. Aber meinst du, du kannst einfach von hier reinschießen mit dem Raketenwerfer und die Person treffen? Ich probiere es mal. Geht's? Und? Mal gucken, was passiert. Es hat funktioniert. Du hast es getroffen. Kommt nicht. Nee. Hey, warte mal. Das ist nicht Garten auf Banban. Das ist... Thomas, die Lokomotive-Ängste. Okay, Leute. Guck mal, wie böse die ist. Oh mein Gott, keine Ahnung, was die mit Banban gemacht hat, aber die scheint wohl stärker zu sein. Okay. Die fährt auf uns zu. Oh nein. Bitte nicht überfahren. Und? Machst du... Und? Nein. Schießt! Mach schon. Okay. Oh nice, Leute. Let's go. Ich traf die ja gar nicht. Warte. So. Komm. Bänders mit einem Lade. Oh, wir haben die verbrannt. Und Leute, warte mal, die hat nichts getraubt, die gierige Lokomotive. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, smash den Like-Button, abonniert den Kanal, checkt Buffalo ab und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.